Hallo liebe Leute, grüßen Sie mit zu sagen, wie passiert den Tag? Heute der, von mir liegt der Winter, heute der Diebazubiwitz, ich mein, das ist immer bald. Die Leute grüßen Sie mit zu sagen, wie ich weiß, jeden Tag konnte der Diebazubiwitz, von dem, den hatte ich mal irgendwann aufgeschrieben, weiß ich mal von wem der ist, und der geht so, wie nennt man einen Auszubildenden als Dieb, Filzstift. Wie nennt man einen Auszubildenden zum Dieb? Filzstift und Erklärung, ein Auszubildenden heißt auch im Handwerk auf Stift, heißen die so im Volksmund, wo man, der Stift, das ist der Auszubildende, und beim Stehlen, wenn einer was stiehlt, heißt es auch, er filzt was, er klaut was, das ist auch so ein Spruch, kennt auch was jeder filzen, ist der Dieb und der Auszubildende ist der Stift und zusammen der Filzstift, und Filzstift ist auch so ein Buntstift zum Ausmalen von Bildern und so weiter, da, Filzstift, wie nennt man einen Dieb, Auszubildenden Dieb, Filzstift, okay, tschakau, bitte abonniere.